Ich glaube, es ist offen, dass es jetzt verlinkt für die Motorradfahrung im Auslaufen ist. Aber ich glaube, es ist ein paar Meter verpasst, dass man natürlich weitergehen muss. Es ist ein auch lustig vom Vorteil, dass man da einen Teil von der Auslaufen immer noch attraktiert hat. Und jetzt kann man nochmal schnell wieder die Verfolgung...